Ich meine, klar, es ist ja hübsch und so, aber... Du hast also gerade dein Bild bewundert. Drei Pinselstriche brauchst du noch. Und kannst du es verkaufen? Sollst du noch jemandem ein Kompliment machen, Wohnungsschlüssel geben und Spielzeug kaufen? Du musst in 17 Stunden bei der Arbeit sein. Weißt du, was du auch mal machen könntest? Jetzt könntest du mal wieder ein Buch schreiben. Ah ja, Rechnung bezahlen musst du auch. Schreiben. Ein Motivationsbuch. Ach mal. Ein Motivationsbuch. Wir nennen es, ähm... Nein, das bisschen schaffst du auch noch. So. Und danach kann Michael schlafen gehen. Ich find's immer voll seltsam. Er isst Auto und hat aber keinen Spaß daran zu schreiben. Die Katze ist so geil. Aber komischerweise spielen Katze und Hund nicht miteinander. Der Hund ist traurig. Warum? Merkst du bis zum steigen... Um... 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 Was? 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 Aha, okay. Hund? Hund? Das bitte bevor du schlafen gehst. Geht er da alleine raus? Ich habe die Tür nicht abgeschlossen. Nein, da wollte ich gar nicht drauf. Okay, hör mal bitte auf zu schreiben, auf Klo gehen musst du auch nicht. Der Hund muss doller auf Klo als du. Dann würde ich sagen, bitte ein Geschäft zu erledigen. Vielleicht muss ich dafür auch spazieren gehen. Das weiß ich gerade noch nicht so genau. Okay, pass auf, folgender Plan benutzen, verwenden und dann... Spazieren gehen, kurzer Spaziergang. Aber das ist ja blöd, wenn man die ganze Zeit nen Hund raus muss. Michael, bei dir ist auch alles im Arsch, oder? Und da sieht man mal wieder, so eine Katze ist wesentlich pflegeleichter. Michael steht da. Michael steht da. Michael! Machst du das jetzt? Das können wir alle völlig fertig sein und trotzdem noch mit dem Hund rausgehen müssen, weil der Hund kann ja auch nichts dafür. So, danach kannst du gerne schlafen gehen. Diese Katze! So, Hannah. Hannah ist kurz davor ausgeschlafen zu sein und muss in 10 Stunden arbeiten sein. Ah ja, du bist ja Polizeiobermeisterin, ich vergaß. So, dann geh danach doch bitte auf Klo. Du willst kalt duschen. Na dann dusch doch halt kalt. Das ist mir doch Leute. Dann... Ähm... Hattest du noch irgendwas, was du brauchtest, ne? Ach ja, duschen. Das haben wir ja eh. Dann geh doch bitte und üb meinetwegen auch Anmachsprüche. Ich hoffe, dadurch steigt dein Charisma. Alter, kalt duschen geht super schnell. Sie möchte einen Witz erzählen. Äh, Moment, Moment, Rede üben. Wir sind jetzt auf 6. Charisma sind wir auf 6. Singen. Immer noch auf 7. Die sind Nummer auf 7. Die sind die. Meinen an sie? Wir sind die. Wiener ist das. Lassen ein. Hör auf, es war ein Blatt. Sie sind die. Schwierst du dir sein. Ich bin. Sie sind die. Sie sind das Vater. Sie sind die. Die sind die Erwerte. Sie sind die Säte. Sie sind die. Es geht schon. Dann bitte Reste nehmen und danach geh bitte wieder schlafen. Das ist ja ätzend. Pause. Rana kann aufhören. Clara ist wieder daheim. Clara geht's scheiße. Clara ist super müde. Pass auf, bevor du aber ins Bett fällst, gehst du bitte einmal aufs Klo und duschen und dann kannst du gerne ins Bett fallen. So, Clara hat Spaß. Warum das falsch steht, weiß ich heute aber nicht. Ähm... Danach kannst du bitte mal mit... Ach so, du kannst dich mit dem Hund entspannen. Hanna hat Hunger. Dann nimm doch bitte Reste. Du hast noch fünf Stunden bis zur Arbeit. Was willst du denn jemanden bedrängen? Was kochen. Du kannst auch gerne noch was kochen. Hier so ein Empanadas. Kannst du mal kochen. Um... 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 Der Katze geht's dauernd schlecht. Komm mal her. Du holst mit deinem Laserpointer. Na, bitte schon spielen. Eigentlich musst du auch auf Klo. So, du bist schon konzentriert, brauchst nicht mehr. Hör auf! Oh. Was ist denn Logik? Du bist fast Level 9. Katze, ich hab dir einen wunderschönen Kratzbaum geholt. Ich hab dich noch nicht einmal da dran gesehen. Und auch das Ding steht schon wieder falsch. Verstehe ich nicht. Was machen die denn damit? So will ich mitmachen. Ja. Schauen wir mal nochmal, was war zu probieren. Beförderung brauchen. Erstmal brauchen wir einen neuen Fall. So, Fallzuweisung erhalten. Hör mal auf, Dauer und Geige spielen zu wollen. Also langsam nervst du mal dann. Okay, deine Leistung ist leider nur gut. Du bist zwar konzentriert, aber deine Leistung ist nur gut. Genau, kümmer du dich mal um dich selbst. Fälle gelöst, haben wir Fähigkeit, müssen wir höhere erreichen, ja. Karos, Maun, Sing. Aber das schaffen wir noch so. Fallakte anlegen. Ähm... Polizei-Datenbank durchsuchen. Und dann geh dann mal zum Tatort. Die Geek-Con ist in der Stadt, ja. Die Feste interessieren mich jetzt nicht so richtig... Dich, muss ich sagen. Wie voll ist denn die Leiste da oben? Brauche ich die auch zum Befördert werden? Ja, ne? Die Kuh-Pflanze. Lass mal. Errungenschaft, klopf, klopf. Warum zum Geier willst du denn Schach spielen? Du sollst hier Beweise sammeln. Na gut, spiel du Schach und ich suche derweil, was zum Geier eigentlich kaputt ist. Hier, Madame. Nach Spuren suchen.